Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von GateWars 2. Jormax Welt. Ne, Ratsebene. Was jetzt? Jormax Welt, oder? Gibt uns ein bisschen Zeit zum Experimentieren. Ratsmitglieder. Kommandeur. Stahlfänger. Okay, hi. Hi, me. Was wollte er denn hier? Remodus zu bezwingen wird mehr brauchen als nur einen Pakt. Oder dessen Kommandeur. Informationen sind in diesem Krieg wichtiger als Munition. Jormax Champion kam, um sie zu erhalten. Genau wie ihr, wie ich mir denke. Die Verbindung, die wir zwischen Primordus und den Zerstörern entdeckt haben? Eine Feedback-Schleife, verstärkt durch Kralks Tod. Zerstörer brennen stärker. Primordus wird stärker. Zerstörer werden hemmungsloser. Der Effekt ist exponentiell. Mit Rielands Hilfe haben wir die kumulative Kraft des Eisdrachen gegenüber der des Feuerdrachen gemessen. Jormax und Primordus sind polare Gegensätze. Die Waagschalen sollten ausgeglichen sein. Doch sie sind es nicht. Nicht mehr. Feuer gewinnt. Wir müssen einen Weg finden, Primordus vom Fluss abzuschneiden oder ihn auf die Zerstörer zurückzuführen. Oder Jormax Kraft ankurbeln, um die Sache wieder auszugleichen. Das ist eine vernünftige Herangehensweise, obwohl ich ihre Weisheit in Frage stelle. Wie dem auch sei. Wir brauchen mehr Zeit, um die Natur des Kräfteflusses zu verstehen. Vielleicht wird euer Altdrache ein paar Einsichten haben, Kommandeur. Vielleicht. Taimi, wo denkt ihr werden die Zerstörer als nächstes angreifen? Irgendwo nahe Götterfels. In einem Tag oder so. Logan bereitet sich vor. Redlock und Krecia helfen ihm. Gut. Ich sehe bei Aureen vorbei, bevor ich mich dorthin auf den Weg mache. Gut. Dann gehen wir zu Aureen. In Götterfels, nähe Götterfels, sollte dann der nächste Angriff von Primordus stattfinden. Aber mal gucken. Erstmal zu Aureen. Hallo Aureen. Wir müssen uns mal mit Banga unterhalten. Mit Banga? Nicht mit Jormark? Ich frage mich, ob er mehr über Jormark und Primordus aufgeschnappt hat, als ihm klar ist. Wer auch immer am Kommunikator ist, wir brauchen sofort Verstärkung an der Doric-Anlegestelle. Wir werden angegriffen. Die Zerstörer haben früher zugeschlagen? Nein, Eisbrut. Söhne Svanis. Was? Kommt schnell. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Tja. Soviel zum Thema. Die Primordus greift an, ne? Doch nicht Primordus. Jetzt ist es die Eisbrut. So, Doric, See, öffentlich. Und ich hoffe, wir kriegen Unterstützung. Ansonsten dauert's a little bit. Boah, wer flammt. Wir hatten unser Feuer vorbereitet, nicht auf Eis. Leute wurden außerhalb der Stadtmauern überrascht. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier draußen sind nicht mal alle bewaffnet. Wir stecken immer noch in den Vorbereitungen. Was ist passiert? Von einer Minute zur nächsten Gefahr, die mir läuft. Selbst Leute frieren rein. Sie kamen von hinten, während wir hier alles gegen die Zerstörer verstärken. Wir ließen sie rein. Dachten, sie wären zum Helfen hier. Okay. Waren sie aber nicht. Okay. I see. Haben wir eine Waffe dabei? Wir haben eine Waffe dabei. Dann geben wir die mal hier ab kurz. So, wir nehmen uns mal hier. Ich finde, die Musik ist ein bisschen arg laut. So, das hier schaffen wir auf jeden Fall easy alleine, glaube ich. Aber was wir nicht so gut alleine schaffen, ist ... Also, wir schaffen es auf jeden Fall so. Ich glaube, es wird halt sehr lange dauern. Until we got it, so. Aber ja. Doch, da ist einer. So. Wir sammeln kurz alles ein auf dem Weg. Einen dieser Eisguttypen haben wir schon. Und, äh, dann nehmen wir mal hier. Eben das hier. Du kommst einmal zu mir. Äh, was haben wir? Riste bla bla bla. Okay, wir brauchen nur noch Zivilisten und die Typen da unten. Wir werden eins. Okay, Zivilisten. Zivilisten und die Hauptmänner. Schaffen wir. Schaffen wir ohne Problems. So, ich würde euch gerne alle pullen. Kommt mal her. Okay. Easy. Und ... Und ... Wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei ... Fünf Stück haben wir. Fünf Stück. Äh, fünf ... Wie viel brauchen wir? Sechs brauchen wir. Nehmen wir mal den da unten noch mit. Leider sind wir, wie gesagt, alleine. Alleine bisschen kacke, aber schon okay. Okay. Ist schon okay. Blup, fertig. Wir haben Jenna benachrichtigt. Götter Fels wird es nicht so treffen wie uns. Wenn sie den Fels nicht treffen können, werden sie andere Ziele suchen. Jeder, der nicht hinter dicken Mauern ist, wird in echten Schwierigkeiten sein. Die zwei nächsten Dörfer liegen auf der anderen Seite des Sees. Ich habe schon Verstärkung geschickt. Wir sollten uns aufteilen. Mehr Gelände abdecken. Okay. So, also, warum ich es alleine scheiße finde. Wir müssen einmal das hier halten. Also einnehmen quasi. Wir müssen hier fünf Wellen machen und hier fünf. Und es ist halt besser, wenn man sich hier aufteilt. Sie sind uns hier zuvor gekommen. Schnell, helft unseren Verbündeten! Jormax-Truppen versuchen immer Leute wie eine Herde zu treiben und nicht direkt zu töten. Wie eine Herde zu treiben? Wozu? Zum Einflügel. Die Feuer-Schamanen wirken eine Art Zauber. Dauert nicht lange, scheint aber eine begrenzte Reichweite zu haben. Tod oder in Eif-Glücke verwandelt. Was macht das für einen Unterschied? Ich wette für Jormax macht es eins. Ja, für Jormax macht es eins. Scheinbar. Scheinbar. Wahrscheinlich zapft er irgendwie das Leben ab oder so. Und wird dadurch stärker oder sowas. Weil er will ja das Gleichgewicht zwischen sich und seinem Bruder herstellen. So. Okay. Oben ist gar nicht mal so schwach, muss ich sagen. Er macht echt gut Damage. Ich platziere das mal hier hin. Ach, nice. Ich treffe beide. Komm weg mit dir. Komm weg mit dir. Pfeilen. Das ist dein scheiß Ernst. Wow. Danke. Ich bin nichts. Wow. Just amazing. Einfach aus meinem Damage rausstoßen. Falsche. Wollte ich nicht den Bogen benutzen, wollte ich die Axt benutzen. Ich wollte Dolch sagen, aber stimmt ja nicht. Ist kein Dolch. Ist Dolch-Axt. Könnte ich meine fünf abhaben? Die hätte ich jetzt, hätte ich es nicht auf Versehen benutzt. So. Komm her, du. Hallo. Da und da. Tschüss. Gut. Ich nehme einmal kurz den Buff. Den Buff. Und dann... Äh, geht's zu dem anderen Teil. So. Haben die gut die erste Welle schon fast dezimiert. Sie zu töten bringt nichts. Außer, dass es sie davon abhält, weitere Eisblöcke zu machen. Macht weiter. Alles, was wir im Augenblick tun können, ist die Lebenden zu retten. Die 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 Denkt ihr die könnten abtönig geworden sein? Ich bezweifle das. Nach allem, was ich gesehen habe, rennen sich Jormax Truppen hinter Jormax Champion ein. Haltet die Augen offen. Reland muss für eine Mängel gerade stehen. Hm. Okay. War nicht so ganz, wie ich es geplant hatte, aber okay. So, einmal neuen Buff. Buff, hallo? Oh, so nervig, dass alles gefühlt blocken. Also, Wegstoß und so, und dann meine fünf schön... ...damit aufhalten. So, da kommt es jetzt wieder von hier. Ne, von da drüben. Ach, das ist der Buff, der wegstoßt. Ach so. Ich hatte das halt noch nie, ne? Das ist das erste Mal, dass ich diese Kristallblüten als Verbindung habe, glaube ich. So. Dann haben wir das auch. Eure verschwundenen Dörfler! Sie brauchen eine Chance zur Flucht. Geben wir Rielands Region einen ebenartigen Gegner. Okay, und da sind wir jetzt beim Endboss von diesen Dings. Also, ging ziemlich schnell. Dafür, dass ich rumgemeckert habe. Die Wellen wurden schon... Sind schon gut. Total. Was macht mir denn so Damage? Okay. Okay, I guess... Na, Kampf nicht so gut für den. Na, Kampf nicht so gut. Na, Kampf nicht so gut. Das würde ich gerne wieder haben. Zauber brauchen Konzentration. Stören wir seinen. Na, ich muss kurz, äh... Zu einem Zauber stören. Ich hab halt kaum CC. Das ist so... Mein Hauptproblem für den. Was? Na, das Schild ist schon geil. Man kann sich da halt viel von... Von den... Von den Sachen, äh... Treffen lassen. Und das wollte ich mir eigentlich auch... Auf dem... Hallo. Ah, ich darf keine Waffe wechseln. Ich fände das toll, wenn die nicht unbedingt weglaufen würde. So. So. Das ging doch schnell. Das war euer Experiment? Ihr solltet doch für unsere Welt kämpfen. Zerstörer können Jormax' Gefrorene nicht verbrennen. So vernichten wir Primordus. Bringt eure Prioritäten in die richtige Reihenfolge. Was stimmt mit euch nicht? Das sind keine Kämpfer, das sind Bauern! Ihr mäht unschuldige Leute nieder! Sie sind nicht tot. Eines Tages, dann nachdem ihr gelebt und gestorben seid, werden sie auftauchen. Und ich werde da sein, um sie anzuführen. Bis dahin wird ihr Opfer helfen, Jormax zu entfesseln. Willkommen in der neuen Welt. Rieland ist zum Monster geworden. Wir haben nichts aufgehalten. Was Rieland getan hat, ist so schlimm wie das, was die Zerstörer angerichtet haben. Wäre noch viel schlimmer, hätten wir hier nicht allesamt zusammengearbeitet. Nichts geht über Kriegsbeute. Wir können diese Leute nicht gefroren lassen. Es muss doch einen Weg geben, ungeschehen zu machen, was Jormax ihnen angetan hat. Und wir werden ihn finden. Doch nun müssen wir alle auf der Hut bleiben. Vor Feuer- und Eistruppen. Schätze, nun kämpfen wir doch an zwei Fronten. Tun wir das? Oder stecken wir nur in der Mitte fest? Eine Mischung zwischen beiden, I guess. Würde ich einfach mal sagen. So, okay. Aber wie es weitergeht. Was Jormax wohl noch so alles geplant hat, beziehungsweise Rieland, beziehungsweise beide. Ja, das sehen wir erst im nächsten Part. Bis dann und Bye Bye!